Jetzt kann er die Flanke bringen. Er schießt. Jetzt schießt er. So, geht er gleich gut los hier. Frühstor, das wird interessant hier. So, da hätten wir also das 1 zu 0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Könnte jetzt was werden. In der Reihe. So, Spannung drin. In dieser Partie. Ausgleich. Mal sehen, wie sich das noch weiterentwickelt. Kurze Distanz. Kein Thema für ihn. Das macht er ganz souverän. Und jetzt die Chance. Was für ein Reflex. Einfach nur perfekt gemacht. Eine tolle Aktion. Ganz stark gemacht. Das gibt eine gute Gelegenheit. Und jetzt der Schluss. Sie liegen vorne. Und jetzt müssen wir mal abwarten, wie sich dieses Spiel entwickelt. Jetzt muss ja eigentlich eine Reaktion kommen. Jetzt wird's gefährlich. Gute Aktion jetzt. Jetzt vielleicht. Das ist noch gefährlich. Jetzt könnt ihr die Flanke reinsteigen. Jetzt der Schuss. Tore und da zieht er ganz genau in den Pfosten und drin. Ein tolles Spiel. Wieder ausgeglichen und es bleibt extrem spannend. So langsam wird's gefährlich. Immer noch diese Szene. Da ist ja alles offen. Doch noch die Führung. Wahnsinn. Das muss es doch eigentlich sein. Jetzt haben Sie sich ja ganz viel Zeit. Sie liegen vor zweitem Morgen. Das müsste eigentlich der Sieg sein. Eigentlich. Weil wir schon so verrückt es sehen in den letzten Minuten. Das war sehr gut. Er schießt. Der ist wichtig. Und ich lasse diesen Partner. Ist ja einstelliger. Jedeuregherrkonel. Der ist gut für Siege. Vielen Dank.